Euer Vereinkenners, Schulterbelastung heute wieder ein wenig. Ihr nehmt euch am besten ein Handtuch oder wenn ihr ein Laminat habt, zieht ihr dicke Socken an. Ich besitze keine Socken und sogar keine dicken Socken. Jetzt legt ihr euch hier unter die Füße, geht in den Liegestütz und dann macht ihr eine Schubkarre. Ihr guckt mal, wie weit ihr kommt. Am besten mit euch Flur zuhause, dann zieht ihr euch hier vor. Wenn ihr am Ende vom Flur angekommen seid, das Ganze wieder zurück. Wenn ihr das habt, eine komplette Strecke, dann hin und super mal. Beine sind oben, aber relativ flach über der Erde und hier die Schulter so weit wie möglich hoch. Auch trotzdem flach über der Erde. So lange bis ihr nicht mehr kommt. Dann direkt rum, wieder hier drauf und fahr ganz klo hoch bis zur Haustür oder wohl auf klein jängst. Und wieder zurück. Und dann wird er Supermensch. Könnt ihr heute mal variieren. Ich denke mal, je nachdem wie lang der Flur ist. Zehnmal sind bestimmt drin. Also ihr habt hier so eine Eislaufbahn frei. Ihr könnt das natürlich gestalten und sagen, ich mache mir eine Zeit raus und gucke, dass ich jedes vielleicht in einer Minute absolviere. Machen wir dann 20, 30 Sekunden Pause und gucken mal, dass ich 30 durchkriege und so was durchziehe. Weil ich eine adäquate Pause dann drin habe. Ziehts ruhig. Bis gleich. Ciao.